Herzlich willkommen zu einer neuen Prospektvorstellung auf meinem Kanal. Heute gibt es das Prospekt von Thomas Phillips für Silvester 2022. Vielen sollte schon das Sortiment mittlerweile bekannt sein. Ich bin da leider doch etwas spät dran, aber vielleicht interessiert doch den ein oder anderen noch meine Meinung dazu. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir auch direkt an. Da haben wir erstmal auf der linken Seite Partyartikel, die gehe ich jetzt nicht genauer ein. Ja, und dann kommen wir auch zu das Feuerwerk. Da haben wir von Komet die Gigant für 12,95 Euro. Die ist ja aus dem Aldi für 17,99 Euro bekannt. Also das ist wirklich ein Top-Preis. Da werde ich tatsächlich mal überlegen, die mitzunehmen. 400 Gramm NEM. Ja, gut, da ist eine Fontäne mit enthalten. Aber für das Geld auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann haben wir das Open Space Raketensortiment. 30 Raketen für 15 Euro. Das ist natürlich auch ein sehr guter Preis für 15 Raketen. Aber wie es aussieht, sind da auch recht viele kleine Raketen. Ja, okay. Die Masse. Ja, dann haben wir die Scream Machine. 222 Schuss Pfeifbatterie für 6 Euro. Ich glaube, die gab es auch immer im Penny oder im Rewe. Also das Design ist mir auf jeden Fall bekannt. Dann haben wir von Komet 6-kubische Kanonenschläge für 1,88 Euro. Das ist ein sehr guter Preis. Und auch die Komet-kubischen Kanonenschläge, die waren wirklich gut gewesen. Hatte ich schon mal getestet. Ja, dann haben wir von Nico die Grandmaster. Eine 30-Schuss-Batterie für 14,95 Euro. Die habe ich mir auch schon mal angeschaut. Also die gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Auf zur nächsten Seite. Da haben wir erstmal die Airpoms, die es auch im Aldi gibt. Für 3,98 Euro. Gängiger Preis. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann 3er Set Ringrockets. Das ist natürlich auch interessant. Also ich kenne das glaube ich als 5er Set. Aber okay, für 3,98 Euro. Dann das Gruselkabinett. Die Raketen mit den, ja, sage ich mal, Plastikgesichtern. Für 4,98 Euro. Ja, sind jetzt auch nicht so gut. Aber ich glaube hier, die Raketen... Hm, naja. Dann haben wir 10 Raketen für 7,77 Euro. Das K-Paret. Dann 13 Raketen für 9,98 Euro. Das Stars Hater. Und dann die Glanznummer mit 15 Raketen für 17,77 Euro. Dann nochmals ein Raketensortiment. Oh ja, die werden immer größer. Dann haben wir nochmals 27 Nico-Raketen. Das Thunderworld für 19,95 Euro. Von Komet. Das Powerrockets. 34 Raketen für 33,33. Also das sind dann schon wirklich sehr große, reine Raketensortimente. Dazu kann ich auf jeden Fall jetzt nicht viel sagen. Ja, dann geht es weiter mit römischen Lichter. 5 Stück für 1,88 Euro. Wer römische Lichter möchte, kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Dann von Nico einen Crackling-Vulkan für 2,58 Euro. Dann die Sternschnuppe, ein Fontänen-Verbund von Nico für 2,98 Euro. Oh, ein Feuerfächer. Sehe ich eigentlich immer ziemlich gern. Von Komet, der Fire Rush für 4,98 Euro. Ich glaube, das ist auch ganz okay. Dann von Nico die Isle of Unicorns für 8,88 Euro. Habe ich selber schon mal gezündet. Ja, ich glaube, man bezahlt auf jeden Fall das Design damit, aber an sich schon eine recht schöne Fontänen-Batterie. Ja, dann haben wir den Mega-Vesu von Komet für 8,88 Euro. Auch den habe ich schon mal live gesehen. Ja, riesen Vulkan, aber mehr Verpackung, wie da eigentlich wirklich drin ist. Und dann die Wunsch-Rakete von Komet für 2,22 Euro. Die habe ich auch schon öfters im Thomas Philips mitgenommen. Die war eigentlich immer so die günstigste gewesen, die es so in die Discounter gab. Ja, jetzt kommen wir endlich zu den Batterien. Da haben wir erstmal die Turbo für 1,11 Euro. Eine Heuler-Batterie mit 25 Schuss. Dann die Sky Climber 100 Schuss für 3,33 Euro. Eine Kometen-Batterie. Also das ist auch ein sehr guter Preis. Wenn man da jetzt im Vergleich mal die Powerbox hernimmt aus dem Lidl. Dann die Graffiti. Ja, Graffiti. Haut schon hin. 16 Schuss-Batterie von Veko für 4,44 Euro. Ich glaube, die gab es immer im Kaufland zu kaufen. Ist mir auf jeden Fall auch schon bekannt. Dann haben wir die Nightliner von Keller für 7,77 Euro, die auch dieses Jahr im Sonderpreis-Baumarkt mit angeboten wird. Dann von Keller die Super-Bom-Bette. Eine 10 Schuss-Batterie für 8,88 Euro. Mit einem Kaliber von 30 Millimeter. Die habe ich eigentlich immer recht gut in Erinnerung. Aber auch das ist schon eine Weile her, wo ich die das letzte Mal gezündet habe. Also die, sage ich mal, 10 Schuss-Reihe von Keller. Dann von Veko die Startrop. Eine 85 Schuss-Batterie für 15 Euro. Ist ganz okay. Hier haben wir eine sehr schöne Batterie, die von Veko, die High Stryker. Eine 36 Schuss-Batterie für 19 Euro. Das ist ja dann die umgelabelte Black Widow, die es mal im Lidl gab. Also wer auf jeden Fall die Batterie nochmal möchte, hier muss man natürlich sagen, hier bezahlt man nochmal 4 Euro mehr. Aber das war schon wirklich eine sehr geile Batterie. Werd ich mir auf jeden Fall auch überlegen, die mitzunehmen. 2019, wo der letzte Verkauf war, habe ich die Black Widow noch im Lidl bekommen, obwohl sie nicht im Prospekt war. Also mal schauen. Sehr schöne Batterie auf jeden Fall. Dann haben wir die Air Force von Keller. 15 Schuss-Batterie für 4,44 Euro. Die gab es auch schon im Sonderpreis-Baumarkt. Ich sage mal, so eine schöne Low-Budget-Batterie. Dann von Veko den Dampfhammer. 16 Schuss für 6 Euro. Ja, rot und grün. Rot und grüne Bouquets. Also ja, das ist dann nichts für mich. Dann haben wir nochmal die Shooting Star mit 100 Schuss für 7,77 Euro. Auch das wird wieder eine Kometen-Batterie sein. Aber ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich lieber auf die Sky Climber setzen von Komet. Da kann ich jetzt so jetzt erstmal keinen Unterschied rauslesen. Ja, dann die Starlet von Veko für 10 Euro mit 54 Schuss. Das ist eine sehr schöne kleine Batterie. Dann die Gravitron. Eine 83 Schuss-Batterie für 9,98 Euro. Dazu kann ich jetzt auch nichts sagen. Und dann von Veko die Swords of Fire aus der Helios-Serie. 62 Schuss-Batterie für 22,22 Euro. Ja, hier ist die tatsächlich recht teuer. Ich glaube, die kam ja immer im Aldi. Die ist ja aus dem Aldi bekannt für 18,99 Euro. Ja, sehr schade. Aber auch das eine schöne Batterie. Aber auch das ist alles Geschmackssache. Kommen wir zur nächsten Seite. Da haben wir das Storm Mission Raketenfamilien-Sortiment. 25 teile ich für 5,55 Euro. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch günstigere, die genauso gut sein werden. Dann von Komet das Midnight Club. 185 teile ich für 8,88 Euro. Da sind jetzt schon die Knallerbs- und Wunderkerzen enthalten. Dann das Flatrate. 130 Teile für 10 Euro. Das habe ich persönlich auch schon mal gezündet. Also von den Raketen darf man auf jeden Fall nicht zu viel erwarten. Aber ja, für 10 Euro kann man das auf jeden Fall schon mal mitnehmen, wenn man das möchte. Ja, und dann haben wir nochmal hier ein Riesensortiment von Weco das Sphäre. Über 350 Teile für 13 Euro. Also ja, gut. Ich sehe schon, das sind alleine 200 Knallerbsen in einer Riesenpackung und nochmal 50 Knallerbsen. Ja, auf jeden Fall für die Familie. Top. Da ist ganz viel Leinzeug mit dabei. Dann haben wir hier unten links das Spaceship One Leuchtsortiment. 10 Teile für 11,11 Euro. Ja, okay. Von Keller. Ich muss sagen, die Keller-Sortimente, die gefallen mir eigentlich recht gut. Aber der Preis ist dann doch schon recht teuer im Vergleich zu anderen Sortimenten. Dann von Weco. 161 Schuss. Römisches Lichtrohr, sage ich mal, für 5 Euro. Das Powerflash. Ja, das ist alles dank Geschmackssache. Dann haben wir noch die Goldstars. Eine kleine Weco-Batterie für 2,22 Euro. Sollte jedem bekannt sein. Auf jeden Fall ein sehr guter Preis. Dann haben wir nochmals ein Batteriensortiment mit 8 Batterien für 17,77 Euro. Das ist Nightlord. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Dann haben wir noch mal ein Mischsortiment des Lightstars. Über 100 Teile für 2,98 Euro. Mit Knallkette und römischen Lichtern und Böller. Also ja. Sieht schon mal recht interessant aus. Vor allen Dingen für das Geld. 2,98 Euro. Dann haben wir 5 Goldraketen. Die Golden Sky für 6,66 Euro. Maxi-Wunderkerzen. 5 Stück für 1,99 Euro. Nochmal ein Böller-Sortiment mit 120 Teile für 2,22 Euro. Das ist extrem günstig. Aber gut, da sind jetzt auch die Paket-Cracker enthalten. Aber sonst große Böller von Keller. Guter Preis auf jeden Fall. Und dann haben wir nochmals ein Raketenfamilien-Sortiment. 50 Teile für 22,22 Euro. Mit 8 Raketen und viel Klein-Zeug. So, kommen wir zu der nächsten Seite. Da haben wir jetzt Verbundfeuerwerke. Da haben wir erstmal, ja, es geht von klein bis groß. Lost in Space von Komet für 13,95 Euro. Dazu kann ich nichts sagen. Dann die Steam-Train von Niko. Für 13,98 Euro. Auch das sagt mir nichts. Von Veko, die Lords of Midnight. Die habe ich mir mal angeschaut. 82 Schuss für 2,22 Euro. Ja, man sollte natürlich da nicht zu viel erwarten. Aber ich muss sagen, doch. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen zum Testen. Wenn man dann doch ein größeres Budget hat. Aber, wie ich schon sagte, man sollte nicht zu viel erwarten. Also, was Standzeit betrifft, effektmäßig. Ja, alles sehr schmal gehalten. Dann haben wir von Veko nochmal einen Verbund. Die Midnight Madness. Für 44,44 Euro. Mit 167 Schuss. Die habe ich mir mal angeschaut. Ich sehe gerade, die hatte auch nur 545 Gramm NEM. Also, die war auch nicht wirklich gut. Dann von Komet, die Firezone Profi. Für 19,95 Euro. Ich denke, da werden viele Kometen- und Heuler-Batterien mit enthalten sein. Bei 213 Schuss für das Geld. Ja, dann die Alien Hunter von Veko. Für 40 Euro. Mit 145 Schuss. Dreierbatterie-Verbund. Von Keller. Die Fantastic Four. Für 49,95 Euro. 74 Schuss. Die habe ich schon öfters live gesehen. Ja, man muss wissen, ob man dafür das Geld ausgeben möchte. Aber das ist auf jeden Fall doch ein recht schöner Verbund. Aber für 50 Euro. Kriegt man im Discounter natürlich auch viele andere Sachen. Ja, und dann von Veko noch die Planet of Colors. Für 77,77 Euro. Dazu habe ich leider kein Video gefunden. Das wäre mal noch interessant gewesen. Aber ja. So. Ah, da kommen wir jetzt auch schon zu der letzten Seite. Da haben wir von Komet erstmal Monster Frogs. Sechs Stück für 79 Cent. Dann die Lucky Eight. Drei Stück für 2,88 Euro. Lucky Eight wird, glaube ich, Nico. Ja, Quackling Balls. Kann man eigentlich immer mitnehmen. Dann von Veko die Kanonschläge. Zehn Stück für 6,98 Euro. Jetzt sehe ich ja gerade Fire Event. Das ist natürlich auch sehr geil. Die Silver Pirates. 50er Packung für 7,77 Euro. Ja. Auf jeden Fall für jemanden, der Reibkopfknaller mag. Genau das Richtige. Ja, dann der rote Corsair. Der sollte ja nun bekannt sein. Für 7,77 Euro. Auch der Preis stimmt da. Sehr gute Böller auf jeden Fall. Und dann The King. Die 5er Packung für 7,77 Euro. Auch das ist ein sehr guter Preis. Günstiger wird man die auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Ja, dann haben wir noch die Meteorschlag. Von Nico für 1,88. Das sind ja Quackling Pfiff Knallböller. Ach ne, Bengalflamme. Es tut mir leid. Kein Quackling, sondern mit Pfiff. Ja, da habe ich selber schon mal getestet. Sinn in Ordnung. Aber ja, vom Knall sind wir, denke ich, mittlerweile einfach verwöhnt worden. Genau. Dann die China Böller D von Comet. Für 6,98 Euro. Das ist dann schon doch etwas teurer. Und die Super Böller 2 für 9,98 Euro. Also rund 10 Euro. Das ist auf jeden Fall dann okay für Super Böller 2. Und die Super Mekamatte von Keller für 8,88 Euro. Eine Tausender-Knallmatte. Also, mhm. Habe ich auch schon getestet. Zündet sehr lange. Die müsste eigentlich viel schneller zünden. Dann wäre das eine coole Sache. Aber, ja, so. Geschmackssache. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Jugendfeuerwerk. Verkauf ab den 27.12. Schon zwei Tage eher. Das Ratzfatz-Sortiment. 70 Teile für 2,22 Euro. Die Turbo-Promer von Comet. 8 Stück für 2,48 Euro. Die heiße Horde von Comet. 4 Stück. Abgefahrene, krasse Fontäne. Für 2,48 Euro. Dann das World of Kids für Tischbomben. Für 2,48 Euro. Das Einhorn-Mix. Das ist recht schön sortiert eigentlich. Für 5,98 Euro. Auch der gängigste Preis. Wunderkerzen. Cosmic Kids. 150 Teile für 5,98 Euro. Das Young Power. 289 Teile für 6,66 Euro. Da sind aber jetzt auch schon viele Knallerbsen enthalten. Ja, und der Zwergenaufstand. Über 300 Effekte für 8,88 Euro. Von Nico. Ja, also Thomas Phillips hat auf jeden Fall ein sehr breites Sortiment dieses Jahr im Angebot. Finde ich richtig stark. Wird für mich dieses Jahr auf jeden Fall auch ein Muster hinzuschauen. Ja, ich würde sagen, das war es dann gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.